Hi, ich bin's, der Ivan von Schrag for Students. Heute geht es um die Maxwell-Gleichungen. Die vier Gleichungen gibt es in zwei Formen, die Integralform und die Differenziale Form. Auch wenn sie unterschiedlich aussehen, sagen beide Formen das gleiche aus. Ziel dieses Videos ist es, ein intuitives Verständnis der Maxwell-Gleichungen zu vermitteln und das mit so wenig Mathe wie möglich. Ganz werden wir aber um die Mathematik nicht herumkommen. Deswegen werde ich zuerst immer kurz intuitiv erklären, was die Gleichung aussagt und dann genauer auf den Hintergrund eingehen. Was genau beschreiben denn nun die Maxwell-Gleichungen? Nun, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, beschreiben alle vier Gleichungen das elektrische oder das magnetische Feld. Um das genau zu verstehen, schauen wir uns die vier Gleichungen mal nacheinander an. Das Gauss'sche Gesetz Das Gauss'sche Gesetz besagt, dass sich gleiche elektrische Ladungen, zum Beispiel zwei positive oder zwei negative, voneinander abstoßen und entgegengesetzte Ladungen, also eine positive und eine negative, sich anziehen. Außerdem beschreibt das Gauss'sche Gesetz, dass elektrische Feldlinien von positiven Ladungen weggehen und zu negativen Ladungen hinführen. Das bedeutet, dass positive Ladungen wie eine Quelle wirken, aus der elektrische Felder entspringen. Negative Ladungen wirken wie eine Senke, zu der elektrische Felder hingehen. Ähnlich wie ein Wasserhahn oder ein Abfluss. Das bedeutet, dass elektrische Feldlinien bei positiven Ladungen beginnen und bei negativen Ladungen enden. So, nun schauen wir uns die Formel mal etwas genauer an. Wir sehen, die Divergenz von D ist gleich Rho. D ist dabei die elektrische Flussdichte und Rho die elektrische Ladungsdichte. Schaut man sich jetzt noch an, dass die Flussdichte nur über einen konstanten Faktor Epsilon, die Permittivität, mit dem elektrischen Feld zusammenhängt, sehen wir schon, dass die erste Gleichung das elektrische Feld beschreibt. Was sagt uns die Gleichung jetzt? Am intuitivsten lässt sich das erklären, indem wir von der differenziellen Form in die Integralform übergehen. Lass uns dafür annehmen, dass wir ein beliebiges Volumen V haben, welches durch die Fläche S eingehüllt wird. Nun bilden wir ein Volumenintegral, also ein Integral über die x, y und z-Richtung über dieses Volumen. Dass das Volumenintegral über den Divergenzoperator ein Flächenintegral ergibt, ist kein Zufall. Der mathematische Divergenzoperator beschreibt nämlich genau das, den Vektorfluss aus einer Fläche, welche einen Punkt einhüllt. Wir sehen also, dass die Gesamtmenge an elektrischer Flussdichter durch die einhüllende Fläche eines Volumens gleich ist wie die Gesamtmenge an Ladungsträgern in dem Volumen. Heißt, wenn sich keine Ladungen in einem Volumen befinden, wird die gesamte elektrische Flussdichte aus dem Volumen heraus auch gleich Null sein. Wenn sich positive Ladungen in einem Volumen befinden, wird die gesamte elektrische Flussdichte aus dem Volumen heraus auch positiv sein. Wenn sich hingegen negative Ladungen in einem Volumen befinden, wird die gesamte elektrische Flussdichte aus dem Volumen heraus auch negativ sein. Und das ist auch schon die Kernaussage des Gausschen Gesetzes. Daraus kann man schon direkt ableiten, dass das elektrische Feld immer von positiven zu negativen Ladungsträgern fließen muss. So, nun kommen wir zur zweiten Maxwellschen Gleichung. Das Gaussche Gesetz für Magnetismus. Die zweite Maxwellsche Gleichung sagt, dass es keine einzelnen magnetischen Pole gibt. Wir kennen elektrische Ladungen, aber keine magnetischen Ladungen. Das bedeutet, dass Magnetfelder sich immer in geschlossenen Schleifen bewegen. Wie sieht denn nun die Formel aus? Die Divergenz von B ist gleich Null. Wenn ihr das erste Gaussche Gesetz verstanden habt, dann wird das hier ganz easy. B ist die magnetische Flussdichte. Und genauso wie beim elektrischen Feld ist auch die magnetische Flussdichte nur über einen konstanten Faktor, die Permeabilität µ, mit dem magnetischen Feld verbunden. Warum ist hier die magnetische Flussdichte aber nicht gleich einer magnetischen Ladungsträgerdichte? Ganz einfach. Magnetische Ladungsträger gibt es nicht. Zumindest hat man sie bisher noch nicht gefunden. Und solange sie nicht gefunden werden, können wir problemlos die rechte Seite der Gleichung zu Null setzen. Welche Aussagen können wir jetzt aus der Gleichung entnehmen? Erstens, es braucht immer einen positiven und einen negativen Pol, damit ein Magnetfeld existieren kann. Also, magnetische Monopole gibt es nicht. Zweitens, die Divergenz eines Magnetfeldes durch jedes Volumen ist immer Null. Heißt, es fließt immer gleich viel in ein Volumen, wie wieder hinausfließt. So, kommen wir nun zur dritten Maxwellschen Gleichung. Das Faraday'sche Gesetz. Das Faraday'sche Gesetz sagt, dass ein sich änderndes Magnetfeld ein kreisförmiges elektrisches Feld erzeugt. Das bedeutet, dass es zwei Wege gibt, um elektrische Felder zu erzeugen. Durch elektrische Ladungen oder durch ein sich veränderndes Magnetfeld. Schauen wir uns nun die Formel etwas genauer an. Die Rotation von E ist gleich der negativen Ableitung nach der Zeit von B. Um das Faraday'sche Gesetz zu verstehen, müssen wir einen neuen differenziellen Operator definieren. Die Rotation eines Vektors. Wenn die Divergenz beschreibt, wie Felder aus einem Punkt hinein oder hinausfließen, dann beschreibt die Rotation, wie Felder um einen Punkt herumfließen. Das Faraday'sche Gesetz beschreibt also, dass ein zeitlich veränderliches Magnetfeld durch einen Punkt ein drehendes elektrisches Feld um den Punkt erzeugt. Genauso gilt andersherum, wenn man ein drehendes elektrisches Feld um einen Punkt hat, wird dieses ein zeitveränderliches Magnetfeld durch diesen Punkt erzeugen. Um sich das besser vorzustellen, hilft es, den experimentellen Aufbau zu verstehen, den Faraday benutzt hat, um diese Gleichung herzuleiten. Faraday hat dafür eine geschlossene elektrische Leiterschleife beobachtet. Er bemerkte, dass sobald er einen Permanentmagneten durch die Leiterschleife bewegte, also die Leiterschleife einem zeitveränderlichen magnetischen Feld aussetzte, sich der Stromfluss entsprechend veränderte. Also ein sich drehendes elektrisches Feld entstand. Genauso funktioniert das Ganze auch umgekehrt. Ein elektrischer Strom, welcher an die Leiterschleife angelegt wurde, erzeugte ein magnetisches Feld durch die Leiterschleife. Ihr merkt, bei den Maxwell-Gleichungen gibt es immer eine gewisse Symmetrie. So, kommen wir nun zur vierten Maxwell'schen Gleichung. Das Ampere'sche Gesetz. Das Ampere'sche Gesetz sagt, dass ein fließender elektrischer Strom ein Magnetfeld um den Leiter erzeugt. Es besagt auch, dass ein sich änderndes elektrisches Feld ein Magnetfeld um das elektrische Feld erzeugt. Das nennt man Verschiebungsstrom. Das bedeutet, es gibt zwei Wege, ein kreisförmiges Magnetfeld zu erzeugen. Durch einen fließenden elektrischen Strom oder durch ein sich änderndes elektrisches Feld. Beides führt zum gleichen Ergebnis. Schauen wir uns nun die Formel etwas genauer an. Die Rotation von H ist gleich der Ableitung von D nach der Zeit plus J. Dabei ist H das magnetische Feld, D die elektrische Flussdichte und J die elektrische Stromdichte. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Faraday hat Ampere sich mit den Magnetfeldern von stromdurchflossenen Leitern beschäftigt. Er hat herausgefunden, dass wenn man das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters auf einen runden Pfad um den Leiter aufsummiert, also ein Streckenintegral bildet, sich der Strom im Leiter ergibt. Das sieht dann so aus. Wenn man nun eine der wichtigsten Integralregeln, den Satz von Stokes, auf diese Gleichung anwendet, können wir das Streckenintegral umwandeln in das Flächenintegral über die Rotation der magnetischen Flussdichte. Falls ihr euch mit dem Satz von Stokes nicht auskennt, könnt ihr mir auch das erstmal glauben. Zudem kann man den Strom auch ausdrücken als das Flächenintegral über die Stromdichte. Daraus folgt dann diese Formel. Man kann also gleich sehen, dass gelten muss, dass die Rotation der magnetischen Flussdichte der Stromdichte entspricht. So, jetzt seid ihr gleich weit wie Ampere Ende des 19. Jahrhunderts. Maxwell hat dann einige Jahrzehnte später bemerkt, dass bei diesem Ausdruck etwas fehlt. Dazu zeige ich euch wieder einen beispielhaften experimentellen Aufbau. Wir schauen uns einen Schaltkreis mit einem Kondensator an. Laut der bisherigen Formel von Ampere würde nun gelten, die Rotation von H ist gleich J. Das würde bedeuten, dass ein elektrischer Strom, welcher in einer Fläche fließt, auch immer in der gleichen Menge wieder aus der Fläche hinaus fließt. Das wirkt auch erstmal sinnvoll, da das in einem geschlossenen Stromkreis ja der Fall ist. Bei dem Beispiel mit dem Kondensator hingegen kann der Strom auf der einen Seite des Kondensators ja nicht einfach verschwinden. Wer schon mal was von Kondensatoren gehört hat, weiß was passiert. Bei Wechselstrom baut sich zwischen den Kondensatorplatten ein elektrisches Feld auf und ab und der Stromkreis ist geschlossen. Das hat auch Maxwell entdeckt. Und er hat kurzerhand die sogenannte elektrische Verschiebungsstromdichte hinzugefügt, welche als zeitliche Ableitung der Flussdichte entsteht. Und so ergibt nicht nur das Ampere'sche Gesetz immer Sinn, sondern wir haben jetzt eine wunderbare Symmetrie gefunden. Ein zeitlich veränderndes Magnetfeld ruft ein drehendes elektrisches Feld hervor, also das Faraday'sche Gesetz. Die Rotation von E ist gleich der zeitlichen Ableitung von B. Und ein zeitlich veränderndes D-Feld ruft ein sich drehendes H-Feld hervor, also die Rotation von H, aus dem Ampere'schen Gesetz. Und so ist die Symmetrie der Maxwell'schen Gleichungen wieder geschlossen. Dieses Phänomen ist es, was die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen möglich macht. So, das war's mit dem Video über die Maxwell'schen Gleichungen. Wenn ihr dabei was gelernt habt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut auch gerne unsere anderen Videos an. Tschüss und bis zum nächsten Mal.